Wird die Altersrente für besonders langjährig versicherte mit 45 Jahren Wartezeit abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Es raffelhücht schon wieder, meine Damen und Herren. Unser spezieller Rentenpapst aus Deutschland, Prof. Dr. Raffelhüchen, ist mal wieder mit einem irrsinnig witzigen Vorschlag aus der Ecke gekommen und hat gefordert, dass die Altersrente für besonders langjährig versicherte, die Frau Nahles im Jahr 2014 eingeführt hat, sofort abgeschafft werden muss. Denn diese Altersrente verursacht mehr Schaden, als sie nützlich ist. Lieber Prof. Dr. Raffelhüchen, es ist ja nicht neu, dass Sie das fordern. Aber ich habe auch schon immer wieder gesagt, die Rente in dieser Form schafft sich doch von selbst ab. Wir wissen doch alle, dass die Geburtsjahrgänge ab 1964 diese Rente dann nur noch mit 65 Jahren bekommen können. Das ist das eine. Und das andere ist, kommen Sie doch bitte mal mit was anderem, als immer nur mit Einschränkungen der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Warum höre ich von Ihnen nicht eine ernsthafte Auseinandersetzung zum Thema einheitliche Rentenversicherung und damit Absicherung der Zukunft der gesetzlichen Rente? Ich glaube, Herr Raffelhüchen, ich glaube, dass Sie eigentlich ganz was anderes wollen. Sie wollen doch diese umlagefinanzierte Rentenversicherung gar nicht mehr. Wenn es nach Ihnen ginge, würde es wahrscheinlich eine kapitalfinanzierte Rentenversicherung geben, wo das Risiko der Verluste möglicherweise Millionen Rentnerinnen und Rentner tragen. Aber das will ja die Mehrheit der Bevölkerung nicht. Also hören Sie doch bitte auf mit diesen Vorschlägen. Oder wenn Sie mein Video sehen, dann nehmen Sie einfach mal Kontakt mit mir auf und dann können Sie sich von dem kleinen Rentenberater und Rechtsanwalt aus der Provinz in Sachsen-Anhalt doch mal anhören, was der so für Vorschläge hat. Da werden Sie sich möglicherweise mit Ihren Vorschlägen auch wiederfinden. Aber nicht, dass wir Renten abschaffen, die sich sowieso von allein in Kürze erledigt haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbestell24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 1. 2.